Neue T-Shirts, wie gut ist das? Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Jetzt hatte ich fast Satisfactory gesagt Nein, Stranded Deep mit mir, dem Ragnar und Michi Wir sind wieder zu Hause nach unserer kleinen Irrfahrt beim letzten Mal und unser letztes Spiel ist vier Wochen her Moment mal, also... Fünf, was war das? Kleine Irrfahrt vom letzten Mal? Es kommt kein dummer Spruch von dir? Ne, es kam nur die kleine Irrfahrt vom letzten Mal und die Tatsache, dass du keinen Kompass bedienen kannst Aber gut... Moment mal, Moment Erstmal... Soll ich pausieren? Ja, pausier mal bitte Nein, ich will nicht pausieren, gut, ich pausier So, was? Erstmal... Glückwunsch zu 100 Abonnenten Dankeschön! Vielen Dank für 100 Abonnenten Der gute Ragnar hat 100 Abonnenten bereit Das ist schonmal ein kleiner Meilenstein Finde ich ja schonmal affengeil Bist du bereit für ein wenig konstruktive Kritik? Nein! Hab ich grad gemacht? Weiß nicht, hast du geschwacht? Wahrscheinlich So, erzähl mir was Pass auf, mir ist aufgefallen Guckt ihr keine hier, also erzähl Mir ist aufgefallen, du bist ein Rusher Ich bin ein Rusher? Du sprintest durch solche Spiele Und die Zuschauer sehen quasi nix von dem Spiel Ach Quatsch, ich muss mich überlegen Nein, 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 nein Das ist mir da was bei 7 Days to Dash schon aufgefallen Du rennst in ein Haus rein und sprintest Und immer hier und da guckst Ein Bruchteil für eine Sekunde in eine Kiste Packst alles ein Und du hast vielleicht gesehen, was du da eingebaut hast Zuschauer aber nicht Ja! Ja! Richtig! Da siehst du mal, das ist ein Talent Was ich hier für, also Ja, aber Im Bruchteil einer Sekunde Sortiere ich das immer in eine Kiste Aber ich als Zuschauer möchte doch auch was vom Spiel sehen Und gerade in einem Spiel wie jetzt Stranded Deep Was ja optisch echt hübsch ist Mir ist aufgefallen in den letzten Folgen Du sprintest wie ein Irrer über die Insel Sammelst wahllos Shit ein Ach, wahllos! Das kann ich nicht mehr Und die Zuschauer, die sehen gar nichts von dir Mit diesem echt hübschen Spiel tatsächlich Ich solle langsamer machen Du kannst ja gerne über die Insel spinnen Aber ab und zu mal ein bisschen innehalten Und einmal mal ein bisschen rumgucken Für die Zuschauer Weißt du was? Ich glaube das ist so ein Konsolending Nein, das ist kein Konsolending Doch, doch Das ist so ein Konsolen-PC-Bee Jetzt kommt schon wieder dieses Konsolending Weißt du? Das ist so schnell und direkt Wie beim PC Das heißt ich bin ein ganz anderes Spiel gefahren Pass auf, pass auf Pass auf Auf dem No-Budget-PC Den du nie zusammengebaut hast Ja Da habe ich keine Probleme mit dem Food Food Das ist nur dein PC hier Das ist ja jetzt ein ganz anderes Thema Es geht mehr um die Wahrnehmung Weißt du? Ich bin schnelleres und technisches Spielen gewohnt Ich als Zuschauer Wenn ich irgendwas sehe Wenn mir irgendjemand etwas vorstellt Möchte ich davon auch was sehen Und nicht dass derjenige einfach nur Wie ein Moment Da unten Jetzt haben wir das wieder Mit meinen Fingern Mit meinen Fingern Nichts Was sagt er zu seiner Kritik? Ich nehme das gerne an Aber halt nicht nur wenn er das sagt Das ist mir übrigens auch bei Satisfactory aufgefallen Auch da sprintest du einfach stumpf Ja da habe ich keine Stamina Weißt du? Ja, ja, aber genau das ist das Problem Du baust irgendwas hin Das ist ja auch alles ganz cool und so Aber du setzt etwas hin Und dann wird es ja automatisch gebaut Soll ich mir noch angucken wie es gebaut wird? Nee, aber du kannst ja Während du zum Beispiel schon auf den nächsten Punkt zulaufst Kannst du dann mal deine Kamera hinsetzen Oder hinschwenken Damit die Zuschauer auch sehen Was du da eigentlich gerade gebaut hast Aber ich... Du hörst mir schon zu wenn ich das spiele Ich höre dir zu Aber wenn du etwas erzählst Du weißt wie es aussieht Die Zuschauer aber nicht Alter es gibt da irgendwie gefühlt zwölf Gebäude Ich glaube alle Gebäude habe ich schon 20 mal gebaut Aber das ist doch... Du musst mir besser folgen Und ich sage ich baue jetzt einen Konstruktor Ich bin dein allererster Zuschauer gewesen Und ich werde wahrscheinlich auch dein letzter sein Ja wahrscheinlich Siehste? Also sag mir nicht ich guck dir nicht zu Mir ist sogar vorhin dieses Behending aufgefallen Was nicht mal dir aufgefallen ist Ja, also eine blöde Behende Ja, darum geht es ja gar nicht Aber ich zeig ja nicht 5000 Mal das gleiche Weißt du? Die Leute haben ja schon 5000 Mal gesehen Das war doch jetzt auch nur ein Beispiel Aber jetzt gerade so... Ich nehme das hier jetzt erstmal für die Folge an Gerade in der Unterwasserwelt Jetzt in der dritten Folge wurde vom Hai eingefallen Das war übrigens übelgeil Falls ihr das nicht gesehen habt Ragnar wohl vom Hai eingefallen Ja, aber guck doch mal Ach und ach schade Ich muss ja tatsächlich sagen Die laufen anfangs ein bisschen schleppend Die Folgen Das finde ich schade Aber die reifen ganz gut Die brauchen immer 1-2 Wochen Ja, die sind wie der Wein Ja, die brauchen 1-2 Wochen Bis sie dann gefunden werden Aber das Ding ist Gerade in der Unterwasserwelt Solltest du mal ein bisschen Den Hai Den Hai Hab ich schon In den Kamerawägen gesehen Du nicht Weißt du warum? Weil du einfach nur sturmt in der Reine Draußen rein Ja, ich will hier überleben, Jungs Ich will hier überleben, Jungs So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken Jetzt haben wir hier schon 5 Minuten Verballert Es tut mir leid Die hängen wir hinten dran Macht euch keine Loh Das war jetzt zum Beispiel Das 100 Abonnenten Special Eine konsumptive Kritik für Ragnar Ich mach wieder Timestamps unten runter Ich glaub, ich hab gesehen Ich glaub, ich kann das sogar Auf dem Tagschiff da unten einstellen Hashtag Liebe Ach komm Hashtag Liebe Nein, wir müssen jetzt Doch, wir müssen Liebe zeigen Das ist dein Ehepaar Du hast mich geheiratet Du hast zu mir ja gesagt Also so Wollen wir jetzt weiter Deine Frau hat mich Als deine Neue vorgestellt damals Ja, das passiert immer Meine Als mein Kind geboren wurde Und du mit meiner Frau Spazieren gegangen bist Haben die Leute auch gedacht Das Bubi ist der Vater Das ist korrekt Das ist korrekt Wir wurden auch schon für Bruder gehalten Ja, ich wollt grad sagen Das kommt von der ähnlichen Ähnlichkeit Ich hab Bart geschlossen Ist das schön, oder? Ich auch Aber, äh Zurück zum Thema Ich schalte mal wieder hier aufs Vollbild Und, äh Ich versuche jetzt alles ein bisschen langsamer zu machen Äh Kurze Info Da können wir auch schon spielen Aufgabenteilung ist grad Wir haben kein Essen Wir haben nur noch Essen Was hast du denn? Ungemült hier Ähm, ja Aber ich habe keinen Keinen Namen Keinen Namen Keinen Namen Ich muss jetzt ein bisschen was klauen Oh ja, ich muss auch Aber, ähm Aber du kannst gleich was Neues tun Das ist ja klar Ja, pass auf Ähm Obwohl, eigentlich ist das wieder zu schade Denn Eigentlich wär das cool Wenn du was zu essen In der Unterwasserwelt organisierst Und den Leuten mal ein bisschen was zeigst Weil ich renne ja hier dann auch nur auf einer Dings entlang Ne, ich wollte mich jetzt eigentlich ans Floßbaum machen War so meine Idee Achso ja, das kannst du Den machst du das Ähm Dann werde ich mal Was was zu schnappen Ja bevor du das machst Pack mal bitte die Palmen rein Weil, äh Wir brauchen Wasser Und hier So, hier ist Holz Ich muss grad jetzt mal gucken Irgendwo waren hier Schwimmer Weißt du? Ich klicke jetzt mal einfach mal hier Ja Na komm mal Abfallschwimmer finde ich auch gut Ich finde das jetzt gar nicht so abfällig Aber gut Hier sind Holz Was brauche ich denn jetzt für so ein Bootding? Du brauchst Schnür Ja Haben wir doch auch hier oben gehabt Was ich gerade gesehen habe Was ähm Sehr übel ist Dass uns der Ähm Unsere Yucca-Pflanze eingegangen ist Ich komme da mal gucken Sie könnte Sie könnte Sie nicht bewässern Sie ist weg Ich hab den vertrockneten Stumpfer gerade schon rausgenommen Ach komm Das hast du ja fritz ein bisschen Wir können da jetzt mal fixen neue Pflanzen Das Problem ist Ähm Es ist hier alles total trocken Und das ist Das ist schlecht Du sag mal hast du die ganzen äh Zweigdinger irgendwie im Dings hier Was für den? Na hier die Palmsetzlingteile Ne die sind Die liegen vom Beet Vom Beet liegen Ja Aber es lohnt sich jetzt nicht die anzupflanzen Weil die Erde ist trocken Nee ich will ja auch gar nicht anpflanzen Ich will äh Seile bauen Ach die Teile meinst du Äh das weiß ich nicht wo die Teile sind Ja die Die müssen noch irgendwo hier sein Tiefisch Aber wir haben auch ganz viele mitgebracht Und hab ich die im Momentar Nee ich hab die im Momentar Also ich hab sie nicht im Momentar Ich hab sie nicht im Momentar Ich weiß nur dass ich jetzt äh Ich hab irgendwo 16 Stück hatte ich gesehen Ähm hast du zufällig ähm Ich hab noch Sperre für mich Da sind wir auf der Seite Da sind wir auf der Seite Hast du noch Sperre für mich? Ja Weil falls, falls mir da äh Etwas Gültes vor die Vor den Sperre fällt Ja guck mal hier sind 4 Stück da Ich hab mich dir hier hingelegt Komm doch mal vorbei Vielleicht werde ich dich jetzt sehen Hier Wuhu Juri Wuhu 4 Stück Also vielleicht ist das zu wenig Ja dann Haben sie noch Stock Jaa Stock musst du auch irgendwann So Jetzt baue ich doch erstmal Oh oh und was ich äh Beim Ballungsstuhl schon rausgefunden hab Cool geil Man kann ja auch solche Solarlampen finden Was sie jetzt hat Jaa Die kann man tatsächlich äh An Stöcken und Haken anbringen Ja ich bin gedacht Quasi ich hab eine auf meinen Floß gebaut Übelein Das fetzt das ja Richtig richtig gut Dann bauen wir jetzt erstmal hier mit dem Schwimmer entfloßen Ich glaub ich brauch das gleiche Fromme Das war übrigens Kitty Charington Das sagt uns vor ich spiel gerade die Last of Us 2 Äh achso du übrigens Ragnar du brauchst ein Hämmerchen Ja ich hab ein Hämmerchen Hast du schon? Hast du schon? Ich lege jetzt ein Hämmerchen hin Und den lege ich jetzt erstmal auf die Die doch mal Ich weiß gar nicht ob das mit dem Hämmerchen geht Ha Tatsächlich Schwimmer von der Welt Musst du im Wasser setzen Muss ich Und bevor wir da rauf können Müssen wir dann noch äh Holzplanken drauf machen Genau Holz oder halt äh Metall So Lass es nicht wegtreten die Das ist ja auch total dumm Guck mal ich hab ihn mir fallen lassen Das war auch kalt im Kar Ich bin mir ganz sicher So machen wir jetzt das zweite Fundament dann in jeder Form Das glaube ich Schützenfisch So Ich schiebe das hier nochmal rauf Denn wir haben ja hier Wir können zwar auch nicht mit den Den Wissen wir mal wo willst du jetzt hin Schwimm doch hier nicht so schnell weg Na Wieso kann ich das jetzt nicht Achso ich hab mich noch eine Seile Ey guck mal her Nicht abhauen Ey So das mit dem auf dem Wasser bauen ist schon noch scheiße Wir brauchen So Habe ich jetzt keine Seile mehr Doch ich hab noch Seile Ich hab noch Wie viel Schwimmer brauche ich denn dafür Alter 5 pro Segment Das ist ja abartig viel Ja Ich hab auch noch 5 Wieso kann ich denn Das ist mein Hammer schon wieder weg Ich hab den Hammer gerade wieder aufgehoben Rollt ihr mich rollt oder was Ich weiß nicht was du damit gemacht wirst Ich geh jetzt hier im Wasser rum Wieso verdiene ich ständig mein Werkzeug Ja aber es ist Ja aber wo soll denn der jetzt hingetrieben sein Ich hab's nur was aber weiß es nicht Irgendwo will der schon sein In meinem Inventar wäre mir nicht so Der ist gar nicht gegeben Das kann man natürlich auch sagen Ja wo hast du ihn denn Also dein Der liegt bei den Bei den Abhängen Ja alles gut So hab ich den jetzt mal noch ein kleines Weiß machen Ah dem Inventar ist Dreck Ne mit Holz kann man ja so Und kann man jetzt hier Gibt das Geht's hier nicht Also das treibt Alter Alter Kamera Rainbox Shit So Ich will jetzt nicht gleich Der wegtreiben Das wäre total schul So komm rüber hier So Ich hab gesagt du sollst nicht gleich die Der wegtreiben Nein Seht mal Boah jetzt hab ich hier wieder diesen Steuerungsmilder Fuck Äh ist das was Sag mal Keule ich hab gesagt du bleibst hier Komm ran die Wir brauchen auch noch einen Anker Ja ach Der ist gar nicht so billig Da brauchen wir allein schon vier Seine führen Sechs ähm Nix Snip da Sechs Ne mach Lieben ane Ne mach Lieben ane Ja aber ehrlich Ich muss erstmal Lieben ane Ne mach dir gar nix So Jetzt sind wir dir erstmal wieder mit zurück Ja wir brauchen einen Anker Wir brauchen eine Padde Nicht unbedingt oder Aber einen Segel wegen Segel auf jeden Fall Ja So Wir haben hier noch Stöcker Wo sind Stöcker Ja irgendwo in der Kiste Aber Ne du brauchst erstmal Du musst erstmal die Abdeckung machen Ein Flussboden Kann ich dir nicht Musst du entweder aus Planket machen Fluss Ok Dieses Paletten Ah ok Holzflussboden Na du brauchst ja Level 3 für Gucken wir ob ich das schon brauche Hm Ja ich mach's ja nur aus Holz Das ist ja nicht das Ding Wir müssen ja nur mit Holz da haben Ne mach das nicht auf Stöcker Wir brauchen Stöcker Ja die Hier sind doch die so noch Planken Ja aber Du bist dann einfach noch nicht Level 4 oder? Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Level 3 Ich bin Level 3 Level 3 also ich könnte es bauen Ich bin ja mal ein Hammer Plopp Der liegt hier So Dass der Hammer weg ist Das nervt mich massiv Und ich weiß auch nicht Wie der jetzt verschwinden könnte Aber eventuell kannst du ja auch Ja Das Bauumenü ist die Pest Jetzt mal ohne Scheiß Ich find's gar nicht so schlimm Also so Reifen haben wir noch keine dabei Es ist voll ärgerlich dass man da Level 4 braucht Aber jetzt wie viel sinnvoller wenn ich das machen Und dann auch auf Level 4 kommen Aber egal So hast du schon Essen geholt? Äh ist was auch ein Es muss Das ist schön Hast du schon Ne Wasser ist auch nicht nachgelegt ne Doch einmal Aber ich hab dann vergessen dass wir noch eine zweite Liste da haben Ja das ist doof Ich muss mal gucken Ja bei mir sieht es ja relativ gut da raus Dann hack ich doch mal ein paar Pleinen Kleine oder was Wo hast du denn jetzt die Schuhe ne? Was ist die? Die liegen da vorne Ja Na wieso ist hier gerade alles rot Durch das Angriff Jetzt machst du es doch aus Holz oder was? Das Holz hätte ich auch machen können Und das ist mit der Level Also entweder du nimmst Blech damit es sich lohnt Dass du es machst Oder du nimmst Holz Ne der brauchen wir Level 4 Ne den kann ich das auch aus Das ist ja viel Der macht aus Holz Du brauchst schon Hammer Mit dem Bank geschmissen Geil So und ich glaub ich hab jetzt erstmal Bock auf Fisch oder Krabbel Ne also es ist ja schon was auf dem Feuer So ist ja nicht Sooo Ich fühl mich da mal ein bisschen Whisky drin Wieso snap das hier nicht? Das ist ja voll adi Ach voll das ist auch nicht gefliegt Ja das ist ein Problem Komm Fall in Sehr schön Ne mensch tut das jetzt nicht mehr ständig weg Das ist ja schon mal ein Bucher anfangen So Holzschluck Ne doch die Planken Was? Wir haben ja gar keine Planken Ach das ist halt ein bisschen doof oder was? Die hab ich dir grade mit zum Hammer gelegt Da geht das schon wieder los So Da hast du den Hammer hergeholt Da ging die doch Tatsache Das hier Na jetzt brauchst du es Holz So viel Einheitlichkeit muss sein So So das sieht ja schon mal ganz schick aus Jetzt brauchen wir irgendwas zum Stollen Oder Flussüberdachung ist Quatsch Fluss Anker brauchen wir Ja doch ist kein Quatsch Brauchen wir Spätestens beim Wenn wir ein Motorisiertes Boot haben Weil wegen UV-Straben Aber erstmal brauchen wir ja Siegel Ja Siegel hat Priorität Siegel und Trink Wichtiger wäre eigentlich noch Anker Definitiv Genau So So Haben wir ja noch irgendwo Holz Sonst schlage ich ihn da in den Palmen klein Nö Wo sind unsere Palmen? Da Wollen wir mal den Getro Max hier Die Antitutik schleifen Das sind ja nur die Köpfe ne? Scheiße Ja das Problem ist jetzt gerade Ragnas ist wieder ein bisschen aus der Steuerung raus Denn ihr habt die Folge letzte Woche gesehen Und wir haben sie vor 5 Minuten aufgenommen Ja So Ich fülle mal erstmal hier den Scheiß wieder auf Und trink gleich noch was Ich tippe mal erstmal die Hälfte So Ich will nicht Faser hinzufüllen So So Dann auf die So Da ist nichts zum Trinken So Was kommt denn noch als nächstes? Ich haue zum Kapalmum Zack Und dann überhaupt läuft der Polz Klack Mit dem Hammer her geht das ja tatsächlich dann irgendwann recht angenehm schnell Ja Das ging aber auch Fieks tot Ne das ist halt Mist Oh ich hab Sanne der Hund Die Kokonus kann da ja liegen bleiben Es wäre schön wenn man das irgendwie einsehen könnte Wie heile das tatsächlich noch ist Das sieht man im In der Tarin Wo im Kreis mit Echt? Da muss es gar noch Da steht die Prozentzahl Ja wenn man es nicht in der Hand hält Was sind wir denn? Tatsächlich 11% Haltbarkeit das Ding nur noch Das ist Tragisch Das ist Jetzt können wir jetzt mal ein Segel bauen Das ist ja schon was wert Oh Was ist das? Gestolperungspest Ey Absolut Pest Finde ich nicht Ne Für dich ist das wahrscheinlich auch gar nicht Für du kann ich das Du musst auch auf die Richtung Auf die Falle achten Ja ja Das ist glaube ich jetzt noch egal Weil da ist ja nichts dran Äh Ich bin gestorben Wieso bist du? Oh Ich wurde von einem Hammerheil getötet Das ist ja Dann tauchst du hier hoffentlich gleich wieder auf Weiß ich nicht Kann auch sein dass ich jetzt mal wieder zurück Oder muss ich dich retten? Wo bist du denn hin? Ich treibe im Wasser Irgendwo vor der Küste Das sehe ich Das sehe ich bei dir Aber Wo bist du denn ungefähr langlaufen? Hm Gute Frage Vielleicht kann ich dich da rausziehen Das wäre ja total geil Weil man ist ja nicht gleich tot Ey Was war's? Ich sehe so ein bisschen abgefangen Siehst du da aus ja Ich glaube man konnte dich wiederbeleben Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ist mir noch nicht passiert Ich meine doch Ich wurde schon Und äh Wie in Ruhe ist du angelaufen? Kommst total geil Niemals Du musst überlegen Ja Nimm mich von hinten Hahaha Erst wird zieh mir dich aus dem Wasser herkommen Was ist das für ein geiler Scheiß? Wie affengeil Du überlebst das Erstmal nimmst du von diesem Heiler Ja mit dem Hammer oder so So und wie kann ich dich jetzt wiederbeleben? Weiß ich nicht Hauen wir mal drüber Nee das will ich nicht Ich zieh jetzt mal nach Komm Das hab ich Das ist das geile Das ist das Das ist das Das ist das Das ist das Dieser Rektor-Effekt Wie so eine Ausbrügekiste Ja Warte 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 So das war Herzdruckmassage So was nimmt man denn eigentlich normalerweise zum Heilen? Aloui? Ähm Ja Aloui ist nur für Sonnenschutzcreme Haben wir noch einen Verband? Weiß ich nicht Ich kann dich doch mitnehmen Umlass ich dich da halb schon am Strand Bevor du hier endgültig stirbst Bevor du hier endgültig stirbst So ich mach jetzt hier einen Failversuch Warte Warte Hau mal drauf Ich bin ein Bursch Alter Jetzt kriegst du mich da nicht wieder raus Oh shit ich krieg dich da nie wieder raus Oh shit ich krieg dich da nie wieder raus Oh da ist er Jetzt hast du mich Jetzt lässt du mich da einfach am Strand verbrochen oder was? Falsch ey Wichse Ich find dich einfach ganz cool So Appengeil das hab ich noch nie erlebt So komm Ort Hepp Das war zu viel das Gute Ich bin mir ganz sicher Ähm Das war ihr Frau Weidwurf Ja und äh Ich find dich auch nicht wieder Warte mal achso bei den Fässern liegst du Ha ich kann einfach bei dir gucken wo du bist Da Ok jetzt weinst du jetzt So Oh Wie überlebst das Pömi Alles cool So Und jetzt Wiederblieben Mund zu Mund beantworten Ok Die wächst mich alter Ja das sieht bei dir ein bisschen komisch aus So Aber wie heil ich denn jetzt Wo ist unser Ich weiß wirklich nicht Keine Ahnung Hast du mal draufgehauen? Ja hab ich eben gerade So wir hatten Du weißt du weißt du auf der Insel Was? Du weißt du weißt du auf der Insel Ja ja Kommt immer gut So Mit Aloui oder Wie macht man denn verbannt? Äh Ich guck mal was Bestimmt wir sind was da Aus den Spums Bandage Tuch und Seil Ne das haben wir glaube ich sogar da Ich mach mal auch eine Bandage Irgendwo Ach ne das Tuch hab ich gebraucht um das Segel zu bauen Na toll Na toll Na toll Und jetzt ist natürlich auch nichts mehr da ne Ne Aber es war auch sehr sehr dumm von mir Ähm Mich mit so einem niedrigen Jagdlevel auf den Hammerheil einzulassen Aber ich wollte Ach du hast den gejagt auch noch? Ich hab ihn gejagt Alter Ja ich hab schon äh Acht Sperre in ihn reingefroert gehabt Ja super Und dann ist es halt passiert Das war auch so einfach Ich wollte dich aber überraschen Das war auch noch deine Dummheit ey Ja Weil Ich war halt sehr tollkühlen Ja ja tollkühlen aber Ich wollte dich Ich wollte beweisen was für eine Mit ne Schiene Das war eine selbstlose ähm Ähm Äh Starke Frau ich einfach bin Ja Musst du nicht Ich bin äh emanzipiert Wieso Wär ja gar nicht nötig gewesen So Ja bei der heutigen Zeit muss man doch mal zeigen oder? Ne muss man gar nicht Okay So So Das ist ja logisch Das ist ja mit dem Messer Das ist natürlich nicht Ich weiß es halt nicht Alter du bist der Idiot der jetzt tot an der Küste liegt Und ich kann dagegen nichts tun Guck mal Warte Die liegt noch Hui Master of Puppets alter Ja Ja was machen wir denn jetzt Das ist doch absolut scheiße Ich weiß es nicht Keine Ahnung Warum stirbst du eigentlich auch nicht Das sieht Auf meinem Bildschirm ne Das ist Ja Ja Wenn ihr das jetzt sehen würdet Ja Das äh Das wär sexuell Ja So Ich hab keine Ahnung wie ich dich heilen kann Kann man jetzt machen Ja das hab ich mir gedacht Digi das Fluss Treibfleck Ach das auch noch Die Flut ist da Scheiße Die sind hinterher und da draußen sind da eh im Dunkeln Haha Ja super Ja das schaffen wir schon Das Ding jetzt Ja und du willst es zurückkriegen? Ja ich Stimmt dann nicht Ja man kann es sagen Wenn ich dich über die Insel schmeißen kann Dann kann ich ja um dieses Blöden Ich hab's vergessen Ich hab's vergessen Warum sollte das nicht gehen? Ja So jetzt ist das wieder Stopp finster Jetzt mach ich das mal hier ein bisschen sicherer auf Aber du kannst ja die ähm Die 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 Lichtungslampe Ne Entweder die Oder die Die andere Lichtlampe tatsächlich Die Solarlampe Achso ja stimmt Ja Ich frag mich grad eh warum Die so blöd gescheint Aber wahrscheinlich so dass du erstmal schlafen gehst Ja ich kann nicht schlafen gehen weil du da tot in der Ecke liegst Das wird Ne Alle Spieler müssen Ach warte mal Das kriegen wir geregelt hin Das kriegen wir hin Wo hab ich dich hingeschmissen? Hallo Wo? Wo liegt sie jetzt halt? Da Ja ich fühl mich schwach Natürlich fühl ich mich schwach Aber ja nicht zu schwach um eine Frau nicht zu gehen zu schleppen Richtig so Ich schlief nur Ist alles gut Ist gar nicht so schlimm wie gedacht So Schlafen Vielleicht lebst du jetzt wieder Das wäre cool Das wäre doch ziemlich cool Oder ich bin tot Naja Und ich bin noch tot Das ist immer noch ziemlich tot Der Arme Du bist aber nicht toter als vorher Ja Leute äh äh was machen wir denn jetzt so? Ja äh mach das mal in die Kommentare was wir jetzt machen So erstmal Trink ich jetzt was Und dann trink ich noch mehr Hä? Hier Weil ich muss ja irgendwie weiterleben Essen hab ich auch nicht mehr da Die Speere sind auch alle weg weil du die hattest Das ist katastrophal schlecht gerade Ja sowas ist mir auch äh So und wir Nicht auch passiert Schlagen dann am Ende der Folge nach Wie man Charakteren Das kannst du mal auf dem Handy machen Während ich hier andere Sachen weiterhin mache Also soll ich jetzt mal kurz aus dem Bild verschwinden Naja ja Also in Ermangelung an Alternativen Du brauchst hier im Bild verschwinden aber So wir brauchen jetzt gerade die Palmwege tatsächlich äh zum Überleben hier Denn unser Wasser ist eng Denn unser Wasser ist eng So drei Da haben wir auch drei Gut ähm Ich muss dann wohl auch jagen gehen und ich muss mir Speere machen So Ich bin hier gerade da Eins Zwei Drei Vier Dann mach ich mal eben Speere Ohne Speere Ohne Scheiße Ich kipp dir bloß äh Ohne Scheiße Ohne Scheiße Ohne Scheiße Das ist schlecht So jetzt hab ich erstmal Speere und kann erstmal hier die Knüge wieder fallen lassen Oh ich hatte wohl ein paar mehr Knüge Das ist wohl tatsächlich so Ähm Ich äh Ich hole Nemo Oder auch nicht Ja das musst du mit dem Fischspeere machen Echt? Geht das wohl nicht? Das ist ja tragisch Die Speeren kannst du halt bloß ähm Größere Tiere wie Barsche oder Heile Teile erlegen Was brauche ich denn jetzt für den blöden Fischspeere? Angeruhte das wäre auch schlimm Über das Speere vielleicht ganz Oh Boten Das ist ja auch nett Der nutzt gar nichts Okay Das ist ja schon mal schlecht So äh wo ist denn hier diese Fischspeere? Ich finde hier tatsächlich nichts zum Koop wieder belegen Das ist mal ganz ehrlich Können wir jetzt? Ah hier Fischspeere wo ich ein Holz füge Hol ich das auch noch? Vielleicht ist es auch grad einfach nur Bug Kann natürlich auch sein Sollte irgendwie gehen ja Die Racknerische One Man Show okay Ja aber jetzt mach doch mal einfach weiter Wie? Also mit dem Gucken Du sollst Gucken Ich habe gerade alles äh Du hast gerade das ganze durchsucht Nicht das ganze Aber das Relevanteste Und Dass das hier auch noch so buggy ist im Multiplay Das ist überhaupt nicht buggy Ich kann meine Tiere einfach so vom Speer her absammeln Ja Du musst wahrscheinlich bloß die richtige Taste finden Und deswegen spiele ich nur Kontrolle Nee die Sache ist manchmal funktioniert das bei mir auch Aber eben nur manchmal Das ist Quatsch Nee ist kein Quatsch Du siehst du da war es gerade Da stammt sogar welche Taste ich nehmen muss Zack Komm her Nemo Nemo Wollen wir gleich Oh Die Musik gefällt mir nicht Das ist die äh Mir geht schlecht Musik Nein 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 die äh Musik für Du hast so ein suffizital überlebt Achso Ja das sehe ich ja nicht weil das ja so mütig ist Ich erger nicht Komm her jetzt So Mit der linken Maustaste Gut Das ist ja schon mal wert Ja das ist übrigens Michael Igovski Ja das ist übrigens Michael Igovski Er hat in einer Minute das gesamte Internet sucht Da Ich wurde schon einmal gekillt Das ist das ist schön Ich auch Michi auch Er war dumm Er wollte wieder posen und schl Mir hat gar nichts gebracht Ich wollte dir was Gutes tun und Haie mit nach Hause bringen Ich lege kein Wert auf Haie Mir hätte Essen gereicht Ja Ja Wollte ich auch mit dir essen Am Feuer Am Strand Ach jetzt Das ist romantisch Ja das ist schön Hier ist keine Zeit Du bringst uns so mit kleinen Sprotten nach Hause Ich wollte ein Haie jagen weißt Ja ein Haie jagen finde ich auch gut So warum kann ich den jetzt Achso Muss ich den auch essen Ich bin anders Ja So Ah ja Gut Ich habe kein Wort verstanden Wurr 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 Du lässt halt nach Wenn man schon behindert ist Denn wegen Ja Wurr Aber nur 40 Prozent Das lohnt sich fast gar nicht So Ich habe die Orientierung an der Wurst Wie wir in der letzten Folge gesehen haben Ja tatsächlich Aber was sagst du eigentlich zu Ne Die Schicka Brille Sehr brillig Sehr neudig Mich hat es ganz schön Angemacht Was soll ich tatsächlich sagen? Habt ihr etwa GV? Nein, nie. Also, wenn Patrick das fragen sollte, würde ich sagen, nie. Für Blaufehl. Blaufehl? Was ist das für Blaufehl? Für Blaulicht. Das ist halt nicht so blau. Es ist hier überhaupt kein Unterschied. Aber wahrscheinlich sehe ich gerade Hammernerdi aus. Sag mal. Ja, das ist doch ganz... Also, mir wurde schon oft gesagt, das Brille mir stehen. Aber dieses Modell finde ich persönlich gerade so ein bisschen... Ja, du trägst jetzt das Modell, das sonst eine Frau trägt. Vielleicht, ja. Deine Frau liegt übrigens gerade sterbend am Strand. Ja, die kann ich doch jetzt gegen Waffen und aus dem Pasaltus schmeißen. Das ist doch scheiße. Ja, du könntest dir das gerne mal angucken. Also, häusliche Gewalt ist da ein Scheiß gegen. Ja, das ist schon echt übel. Und Mädchen gehen nie alleine auf den Klo. Ja, dann nehmen wir unseren Hund mit. Wow. Also, ich würde jetzt gerne wirklich was machen, aber ich kann halt nicht. Und hier ist auch kein Tuch mit. Ah, hier ist Tuch. Ich habe Stoff gefunden. Okay. Okay, okay, okay. Da wird nochmal was drauf. Also, hier steht in diesem Stranded Dieb wirklich steht tatsächlich nichts über Korb und Wiederbedingungen. Was ist denn das? Aber hast du mir nicht auch mal irgendwie hochgeholfen oder so? Wen habe ich hochgeholfen? Na ja, als ich hier irgendwie in der einen Folge ein bisschen tot war. Nee. Du wurdest in der dritten Folge 3 vom Heiligen Bissen und dann hast du geblutet. Dann habe ich dir Bandage gegeben. Versuch das jetzt mal mit der Bandage. Mach auch mal an. Vielleicht kannst du ja etwas. Du hast dir ein Handwerklevel aufsteht. Ja, das ist schon mal super. Ah! Erlebt! Ja! Ich meine, es war naheliegend. Aber wir hatten halt keinen Stoff. Das war ein bisschen doof. Michi gefällt das. Danke, dass du... Danke. Ja, ich glaube... Ich gehe mal auf die Jagen. Ich glaube, das wäre auch mit Aloe gegangen tatsächlich. Aloe ist nur zum Sonnenschutz da. Echt? Aber du kannst damit ja eine Dingssalbe machen. Was nennen Sie Aloe? Du kannst eine Salbe machen. Aloe-Salbe. Ja, für die Sonne und so. Oh, es regnet! Unser Beet kann wieder bewässert werden. Du musst doch nicht jetzt mal was eingepflanzt werden. Weil das besser wäre. Ja, aber ich... Es muss jetzt mal was der Wassergehalt hier... Ah, hier, trink mal aus. Trink mal schnell aus. Das füllt sich doch ehrlich. Moment, Moment. Ich muss ja... Oh, ja! Dann müssen wir den mal leer machen, dass es den hier schön füllt. Bei mir rufst du nichts mehr. Mein Kontrollverfüllst du nicht mehr. Also ich kann nicht trinken. Ich habe gerade gut getrunken. Mir geht's jetzt. Ich kann nicht trinken. Ja. Leider sterben sie jetzt wieder. Kannst du denn hier was ablehnen, zum Beispiel? Ich kann auch nicht zielen. Es geht gerade gar nichts. Es geht nochmal in den Kontrollher raus und stecken wieder rein. Ich kann laufen. Aber das war's nicht. Das ist schon wieder so eine von Sorgen geplagte Folge. Das ist unser Boot noch da. Und unser Boot ist noch da. So, ich wollte eine Ankerbung. Jetzt kommen wir da jetzt mal zum Wesentlichen zurück. Ich kann nichts mehr machen. Ja, dann machst du jetzt halt drei Minuten nach. Nee, wir sind eh schon fast durch. Ich baue jetzt nur noch einen Anker. Und dann machen wir eh hier. Okay. Dann laufe ich jetzt... Lauf sinnlos durch die Gegend. Das ist super. Mutig mit dem Speer durch die Gegend. Oh, ich blute jetzt noch. Ich brauche Bandage. Alter. Ist doch nicht wahr. Ja, liebe Leute, und so macht man's nicht. Ja. Weißt du, das Schlimmste ist, warum? Weil du nur Krabben im Kopf hast, ey. Krabben. Ja, Krabben. Wäre schön gewesen, wenn's Krabben gewesen wäre. Ich wollte dir einen fürstlichen Hammerhai nach Hause bringen. Ich wollte keinen fürstlichen Hammerhai. Ich wollte nur irgendwas zum Essen. Aber wir brauchen... Das Ende vom Lied ist jetzt, dass ich dich über die Insel geschmissen habe. Pass auf, pass auf, pass auf. Dass ich selber Essen geholt habe. Du missverstehst da etwas. Nee, ich missverstehe hier gar nichts. Pass auf, pass auf. Das hat nämlich... Haier haben zwei Vorteile. Erstens Nahrung, zweitens Rohleder, aus dem wir Lederschnüre machen. Ja. Wäre vielleicht was gewesen, wenn wir schon mal ein bisschen Jagdskill und so gehabt hätten. Aber du hattest nix. Damit pusht man sein Jagdskill hoch. Ja, aber du hättest ja auch einfach erstmal ein paar kleine Fische jagen können. Du Lusche. Aber es läuft nicht doch. Wegen dir, wegen deinem Blödsinn können wir jetzt nicht mal einen Ruder bauen, weil wir keinen Stoff mehr haben. Dann bauen wir uns... Guck mal, wir haben Jucca-Pflanzen. Ja, aber wir dünkeln jetzt wieder mit dem Scheiß Jucca-Pflanzen. Nein, 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 pass auf. Wir haben Jucca-Pflanzen, wir haben faserige Blätter, wir können einen Webstuhl bauen. Das ist ja irre. Ja, und daraus, aus diesen faserigen Blättern, an dem Webstuhl können wir dann Stoff bauen. Ja, dann gucke ich jetzt, dass wir hier einen Webstuhl bauen, ja? Das musst du im ersten Menü machen. Ja, ich muss mich hier durchklicken, das ist aufgrund der... Jetzt wurde der... Nein, 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 nein. Ne, war schon richtig, oder? Zelt, genau. So, Räucherofen, Wasserdestinlierer, Roboofen, Sägeblock, Webstuhl. Oh, vier Seile und ordentlich Holzfühle. Ich glaube, das wird nichts. Tja, dann gehen wir jetzt drauf. So zerbröselt der Keks nun mal. Ja, ja, am Abend. So, eins, warum kann ich hier nicht gleich mehrere vom Baum bauen, das ist doch... Alter. diese steuerung in diesem spiel ist so unterwünscht zum teil ich habe mich gerade angewöhnt ist wieder abgeben ja ja nur das gute ist die sexy zeit vorbei jetzt bin ich wieder ultra ich muss jetzt hier schon wieder noch eine palme fällen was denn du warst gerade nicht im bild hier ist ein stock die die zeit zu uns also kann nicht viel passieren wenn du da rum rennst und wir haben doch stecker nicht so jetzt kann ich hier diesen schweiß ich glaube es gibt schlimmeres als frauen die leicht bekleidet sind egal schwarz so wo war denn jetzt die studie wo ich noch ein brennofen gerbgestell webstuhl sechs stöcke brauche ich davon alter ja ja und was für mich ist wie ein idiot also er jetzt in einer folge so viel bullshit gebaut ist es unglaublich und will mir erklären wie das spiel geht das viel noch viel schlimmer das ist ja wie du ja jetzt bisschen wie ich ja nicht nur dass wir uns ähnlich sehen doch ein bisschen schuld ja so wie das ist tatsächlich so so und ich kriege ich gleich noch jetzt gilt die brüchelchen das ist das ist eigentlich habe ich etwas gutes damit getan was dass ich jetzt das bauen kann oder ja ja ganz genau weil du mich sonst nicht bauen lässt das stimmt wohl du kannst einfach nichts bauen ich weiß doch ich kann schon ein bisschen was bauen aber du juckelst hier ja alles weg so jetzt wollen wir die jucke frucht anpflanzen das blatt ja schön dass die katze wieder geantwortet was habe ich jetzt schon wieder was ist hier sein ja das ist was ich dagegen tun so das spiel durch starten damit mein kontrolerwerk funktioniert die lehre die verregelung die kriegen das noch hin wenn du sagst wir kriegen das noch hin das das kenne ich seit sechs jahren das wird nichts ich bin ich wieder sowas nein denn ich mache jetzt stoff und dann mache ich einen verband willst du mir jetzt erzählen aber ich verdurste gerade ja noch dann komm her speichern so leute die folge ist vorbei weil michi stirbt also hier ging gerade alles in die bänden weil er sich dumm angestellt hat weil er dachte 100 abonnenten ich gehe mit meinen acht speeren los und jage ein tiger hei es war ein hammer hei und es waren zwölf speeren ich jage ein tiger hei ja hammer hei mir scheißegal was für ein hei das war das 100 abonnenten special michi verkackt fürstlich aber arsch hat so ein paar auf den der kopf verdient meine güte vielen dank fürs zugucken ich versuche ihn beim nächsten mal zu sourcen das macht alles keinen sinn mehr das aufregendste war deine leiche über die insel zu schmeißen das war lustig ja das war ein bisschen cool das können wir leider nicht mehr zeigen nett hier aber das war also das geht echt gut in dem spiel so vielen dank fürs zugucken bitte lasst vielleicht noch ein abo da ich weiß nicht ob es das wert war weiß ich echt nicht wenn ihr mehr davon sehen wollt wie rakt er mich über die insel schmeißt dann wiederholt die folge genau und ich würde auch gerne eine umfrage einblenden aber youtube hat das tool irgendwie rausgenommen und deswegen kann ich das nicht noch mal machen aber es schreibt doch mal drunter hier wegen michis kritik vom anfang das würde ich ganz gerne jetzt kommen hierher damit wir speichern können und ausmachen halt die klappe und kommt zu mir dankeschön jetzt hat man dich aber trotzdem gesehen jetzt habe ich lippenstift an nee hast du schon abgemacht na gut ich bin unglaublich so wir haben gespeichert wir gehen zurück zum desktop vielen dank fürs zugucken bis zum nächsten mal euer ragnar und mich und dann und dann Untertitelung des ZDF, 2020